bye bye parfüm bei marcus böhm drei flaschen innerhalb von einem jahr verkauft ich sehe es nicht mehr ein muss die kosten sparen es ist traurig es war wahrscheinlich nicht so gefragt wie ich mir das gedacht habe und es wird kein parfüm mehr geben und also erst mal geben ich habe was neues am start und darüber werdet ihr noch informiert tut mir leid aber ich kann es nicht ändern ja